Brrrm Brrrm Electronic Arts Jo Leute, Herzlich Willkommen zurück zur Need for Speed Porsche Und ich würd sagen, wir machen hier einfach mal weiter, ne? Muss ich da ernsthaft erst wieder reinklicken? Sieht so aus, ne? Porsica hatten wir Äh, was habe ich gemacht? Normandie, ja, das sieht gut aus Habe ich ihn vorher repariert? Oh oh Ich wollte eigentlich die... Ach du Scheiße Habe ich tatsächlich nicht gemacht Ich wollte ja eigentlich die Rennen-Info erst aufrufen Aber, äh, ja, na gut Jetzt habe ich die A-Karte Aber gut, so sehr gelitten hat er ja in der letzten Runde nicht Ich merk's schon etwas am Force Feedback, aber... Die Karre rennt, ja, ne? Dann wollen wir hier mal durchpreschen Brrrr Oh, 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 oh Ja, läuft doch Ich fühle mich noch etwas Gähne ich, vielleicht Ruhh Ich meinte... Oh, 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 oh Woh! Ich meinte... Hö, oh, oh, oh Ich spiele hier wieder Flugsimulator anstatt ein Rennspiel. Oh yeah! Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber na gut, war jetzt nicht so der Crash, ne? Du hast das Rennen gewonnen! Du führst die Turnierfabelle an! Und da habe ich noch fast meinen besten Rekord gebrochen. So, was gibt es denn als nächstes für eine Strecke? Was haben wir denn da? Autobahn! Oh yeah! Und das war wieder teuer hier. Da brauchen wir besser die Regenreifen. Meistens regnet es auf der Autobahn. Das ist leider so. Könnte man sonst noch viel besser rumheizen. Drei. Zwei. Eins. Das habe ich gesagt. Ja, wie läuft da gerade immer dieselbe Musik? Kann da sein? Kurios. Soll der Zufallsgenerator nicht mehr sauber arbeiten? Ich weiß gar nicht, ich bin sonst immer auch hier rumlang gefahren. Wir machen das einfach mal. Ja, ich weiß gar nicht. Wir machen das einfach mal. Untertitelung. BR 2018 Ich habe den gerade ausgefahren, ja? Auch gut. Ja, und ich habe den Whitescreen Patch letztens ausprobiert, den es da gibt, aber leider funktioniert er nicht so. Nicht so richtig. Erst allem Anschein nach schon, aber dann fängt er plötzlich an ranzuzoomen und das macht er im Menü direkt, lässt sich dann nicht bedienen. Das ist halt ja doof, ne? Deshalb müssen wir das mit dem 4 zu 3 hier halt nun mal hinzunehmen auf 16 zu 9. Das geht halt nicht besser. Sonst sieht es halt kacke aus, ne? Dass alles total zerstreckt wird. Du hast das Rennen gewonnen. Du führst die Plonierkawelle an. Ja, dann. FFN. Oder so. Pyrenee. Ja, ich würde sagen, da haue ich wieder die Slicks drauf. Und ab geht's. Bitte ziehen Sie durch. Hieß es mal bei Deichkind, ne? Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, Drei, zwei, eins, los! So, hab ich hier aber knapp dran getrunken. So, hab ich hier mal eine Schraube gebaut, da war. Und das fliegt man da manchmal ab, wenn man da zu weit nach links die Kurve da nimmt und schneidet. Die Strecke, die geht wohl noch. Die hab ich wohl echt nur drauf. Hier muss man aufpassen. Dann crasht man da nämlich rechts voll dick rein. Da kann bei gewissen Turnieren ganz schnell vorbei sein mit dem ersten Platz. Dann, genau so hier, wenn man da zu weit links rein fährt, dann paff. Ja, oder so eine Action hier. Kurz vor der Ziellinie. Ne, in die Ziellinie, dann ist alles gut. Geil. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Du hast die Bestzeit für diese Strecke erreicht. Cool. Alles haben wir abgesahnt. Äh, Alps, muss das sein. So schön ohne Schäden durch. Und jetzt muss ich die Karre wieder versauen. Oh, oh. Na komm, wir trauen uns das mal. Ach, du Schande. Oh, oh, oh. Das ist mal so, mal so. Manchmal liebe ich die Strecke, manchmal hasse ich sie. Drei. Zwei. Eins. Los. Los. Was? Nemens. es läuft wieder kacke, es war gleich komm schon gas- und bremspedalen mal wieder richtig hinstellen rutscht doch sonst nicht mit einem let's play natürlich ja klar leiden eines youtubers ach come on komm, wir haben nicht auf die idee, mir in die seite zu fahren, du Sack ich hab's ja geahnt, ne der dreht aber auch mal durch hier jung, 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 jung ich hab auch keine Einstellung mehr irgendwie noch so im Kopf für die Wagen, dass man die ein bisschen anpassen kann beim Tuning ich fahre ja alle so wie die kommen und nur die Teile, ne das sieht jetzt aus Erinnerung aus nur die Teile ausgetauscht das konnten wir alles mal besser eigentlich, aber na gut das geht dann halt wieder ins Geld, ne ich bin ja schon wieder Erster muss ja nur halten jetzt muss doch nicht heizen wie der allerletzte aber man neigt ja mal dazu, ne macht ja Spaß und ist ja auch nur ein Spiel insofern da fährt sich wieder eine Scheiße zusammen hier da fährt sich wieder sie Oh, shit. Jetzt haben wir es aber auch wieder mal. Tonier kostet mir zu viel Geld hier. Ne, ich führe sie immer noch nur an. Ja. Dann ist das so. Zonen industriell. Da kommen mir die Slicks drauf. Dann schauen wir mal. Das kriegen wir noch rein, glaube ich. Das kriegen wir noch runter. Drei, zwei, eins, los! Ja, war leider wieder wie ein Irrer hier. Kling! Hier geht er aber wie irre, ne? Fast ausgefahren schon wieder. Ja, so 300 Klamotten. Dann ist also im letzten Gang am Ende mit der Drehzahl wohl, ne? Der Moby Dick. Guck. Guck. Oh, shit. Oh, shit. Oh yeah, jetzt wird's gefährlich hier. Jetzt zieht er echt ohne Schäden durch hier, jung, jung, jung. Kommt wieder das Need for Speed-Blut mit mir durch hier, das Porsche-Blut. Au, 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 jetzt versaut das natürlich kurz vor Schluss, ganz klar, nix mehr mit ohne Schäden. Kommt wieder nicht vom Gaspedal runter. Jedenfalls nicht rechtzeitig. So, wie sieht's aus hier? Sind wir durch, oder? Du bist auf dem ersten Platz. Du hast das Turnier gewonnen. Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier hochfahren. Wir haben einen neuen Schritt im Kopf aufgestellt. Kann man ja auch mal machen. Ne? Oh, plus minus, ne? So ungefähr, durch die vielen Reparaturen, meine ich, vom Money her. Na gut. Oh naja, das ist mal eine Elfkarriere. Muss man sich das antun? Auf Profi? Na, wir munkeln noch. Wir gucken mal. Alles klar, Leute. Das war jetzt dann das Turnier mal durchgezogen, den Rest. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Need for Speed Porsche. Macht's gut, oder besser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.